Und natürlich auf YouTube sind wir auch wieder schon wieder da. So, was ist X-Pro Gamer? Hey, mein Englisch ist nicht sehr gut, mein Englisch ist nicht viel besser. Hey X-Pro Gamer, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich hoffe, dass ihr den Stream gefallen habt. Ich werde Freitag und Saturday. Mein Englisch ist nicht sehr gut. So, wir geben ihr natürlich einen Kuss. Natürlich. Prost. Oh. Die Musik lief noch schön. Jetzt aber. Auf geht's. Ich hoffe, wir können damit alles. Ich... Ich weiß nicht. Ich... Ich möchte jetzt noch kein Fazit ziehen. Das mache ich noch. Na, 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 ich bin fast richtig. Na, 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 na. Ich weiß, ich weiß nicht. Du kannst mit dem Moment schlucken. Nur eine, na, na, na. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du kannst mit dem Moment fliegen. Schuss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schuss. Ich weiß nicht, wie lang ist Englisch her. Nice to see you. Please, not spoil... Not spoil another game. Hm... Wir sehen schon im Hintergrund, dass wir trotzdem wieder nicht weiterkommen werden. Durch unsere Zeitreise. Mark Jefferson hat dich und andere. Jefferson, der Kunstleiter? Das ist Scheiße! Nathan ist der fucking Serialkiller. Wir haben das Beweis gesehen. Entschuldigung, ich gehe in diese Party, um sicher, dass er niemanden wieder wiederhört. Kommst du? Nein, 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 nein. Nathan ist tot. Das ist zu gefährlich. Gefährlich. Ich gebe ihm jetzt ein Time... Ich gebe ihm jetzt ein Time-out. So, und dann hat sich das schon erledigt mit ihm. So, wir müssen sie nochmal drum bitten, das anders zu entscheiden. Nathan ist tot. Und du bist tot. Und der Körper ist bereits tot? Wie kennst du das? Weil... Ich war da. Bitte sag mir genau, was passiert. Bitte sag mir genau, was passiert. Bitte. Jefferson hört mich. Hat Jefferson kill ihn? Also, er hat ihn getötet. Stimmt ja eigentlich auch. Ja, oder? Obwohl... Ich schon weg. Ich schon... Ich schon... Hat schon keine Mord bekommen. Und... Ich will nicht. Ich will nicht. Max, ich... Ich bin so sorry. Ich bin so die, die dich in die ganze Zeit gefahren hat. Niemand, besonders du, sollte dich durch das... Ich... Jetzt müssen wir Jefferson stoppen. Mit einem Böden. Nein. Nicht so. Chloe, ich kann... Ich kann nicht weiter fixieren, wenn ich alles mache, es einfach es wieder zu verbrechen. Ich weiß, wie das wird es sein. Und... Ich bin Angst, dass ich alle diese Alternativen verbrechen habe. Sie will immer alles... Wie Alternativen? Gut machen, aber das ist... Was meinst du, Max? Was hast du getan? Also, Max will immer alles gut machen mit ihrer Zeit-Zurück-Reiserei, aber das kann nicht funktionieren. Auf Dauer kann das nicht funktionieren. Nichts. Wir tun nichts. Ich meine... Wenn ich meine Rewind benutze, kreue ich neue Zeitlinien. Neue Destinien. Dann kannst du nichts sicher sein. Nein. Oh, nein. Also, jedes Mal, wenn wir zurückspulen, kreieren wir quasi eine neue... Ja. Neue Schicksal. Neue Vergangenheit. Neue Zukunft. Das ist alles nicht richtig. Nathan ist... Nathan ist dead. Nathan ist dead. Ja. Hatten wir schon. Ja. Ja. Ja, ja. Jefferson ist Psychopath. Mark Jefferson. Hatten wir auch schon. War richtig. Ähm... Erhört mich. Ja. Er hat mich unter Drogen gesetzt. Blablabla. Ja. Nein. Nein. Warte. Alternativ... Ich verratete. Ich verratete. Ich verratete. Ich wollte Dinge richtig machen, aber alles wurde falsch gemacht. Max, was zur Hölle bist du? zumal die Leute. Ich konnte zurück in Zeit... bis zum letzten Tag, dass William alive war. Ich verratete ihn, aber... aber du hast in einem Auto wiedergekehrt. Du sahst meinen Vater wieder? Du... Hallo SuperDuck, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Das muss schon mal für dich sein. Ich bin so sorry, dass ich das gefragt habe. Es war schlimmer für dich. Aber ich habe keine Ahnung, was würde passieren. Und als usual, ich alles alles umgekehrt habe. Und ich will niemals niemals aufhört dich. Ever. Du musst mir glauben. Natürlich ich. Du denkst, ich würde sogar wissen, wie ich das Situation hätte. Niemand würde. Aber das wichtigste ist, dass wir wieder zusammen sind. Du bist richtig. Das ist, warum du mit mir mitkommen sollst, damit wir zusammen bleiben können. Und wir leben. Und wir leben. Hier, relax. Aber du denkst, wir sollten Jefferson mit Tortur und Mörder gehen? Natürlich nicht. Wenn wir David sagen, dann wird er uns glauben und er kann ihn tatsächlich stoppen. Genau? Ist das, warum du ihn aufhörst? Weil du denkst, er kann uns helfen? Wirklich? David, save me. Ja, David hat uns ja quasi gerettet. David cares about you. Er war auch... Ja, er war auch besorgt um sie natürlich, ne? Ja, wir nehmen das mal. Ah, die mit ihrem Dickkopf. Unglaublich. Ja, ich mag dich ja auch. Ich mag dich auch schon. Ja, du bist. Ja, du bist. Also, hörst du. In ein paar Minuten... Ich weiß nicht, ob das alles passiert. Nichts. Wir müssen absolut in deinem Raum bleiben. Wir müssen absolut in deinem Raum bleiben. Und tun nichts. Dann erklären wir alles zu David. Und wir lassen ihn endlich seinen Job machen. Du musst mir genau erzählen, was ich gerade gesagt habe. Ich weiß nicht. Nur, erklär mir, dass ich durch die Zeit die Fotos durchgehebe. Willst du mir glauben? Ich werde immer glauben, Chloe. Da hat mich Twitch gerade mal rausgeschmissen. Oh mein Gott. Und wieder eine neue Zukunft. Chloe ist nicht gestorben. Okay, Chloe gibt David das Foto. Es gab nicht den Kampf. Die Polizei war doch bei Jefferson. Wir waren nicht im Regen bei dem Sturm. Aber wir stehen vor den Tornado. Chloe und Max. Und... Und... Ich schraubf über mehrere Realitäten, um... ...eine ungratwürdige Jettin und immer wieder zu schützen. Und... Janusz, helfe ich wieder auch noch was anderes. Aber... Ich blöde dich nicht... ... für mich aus der Welt zu sein. Nachdem wir das nicht. Oh mein Gott. Komm schon mal. Ich bin der offizielle Drama King und Queen von Arcadia beendet. Das wir heute Abend payen. Schau mal die meine Gewerle haben. Und nur ein kurzer Ton. Ich bin jemanden. Du bist ein Max-Fuckin-Kollfeld-Time-Warrior. Selbst wenn du kein Kind und Wichtiges warst, niemand könnte eine bessere Besserung haben. Niemand. Du hast nicht gesagt, dass dies zu passieren, aber es war. Du musst, wie großartig bist. Vielleicht habe ich ein Kind gehalten. Ich wollte immer mein Leben sein. Ich wollte immer mein Leben sein. Und es war nicht passiert, wenn ich mich hier zurückgekehrt. So, ohne dich, meine Macht überhaupt nicht existiert. Und für irgendwelche scientifische, mystische Gründe, dass wir natürlich nie vergessen haben, wir waren zu sein, in diesem Moment in der Geschichte. Ich muss mich denken, dass Rachel ist irgendwo hinter den Zielen, für die Freiheit. Ich würde mich denken, das auch. Wir alle haben Rachel und Amber. Jetzt erzähl mir alles, was passiert. Du weißt, nicht? Wir leften die Partie und haben sicher, dass Jefferson nicht finden können. Für einmal war ich glücklich, dass ich in eine wirkliche Fortress lebte. Und die storm wurde heller crazy, und wir sagten, dass wir sicher sein würden, mit der Light of this. Chloe, look. Die storm ist jetzt größer geworden. Es kommt näher. Ich kann sogar nicht glauben. Das ist real. Das ist passiert wegen mir. Stop es. Stop beating dich auf, okay? Wir haben beide schon bezahlt. Oh Gott, schau dir das. Schau dir das. Schau dir das Pferd. Wer weiß. Das könnte sein, Rachel's Revenz. Unsere Revenz. Was? Was? Alfred Hitchcock Was? 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 Wer ist überhaupt nicht? Wer ist überhaupt egal? Schau dir das zu dir selbst. Aber wirklich. Ich könnte jeden von euch in einem dunklen Korn und dich in einem Moment der Desperation verabschieden. Schau dir das Pferd. Alle sind weg. Hallo Julian. Willkommen zur Let's Play Live. Schau mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Warum? Das macht nicht Sinn. Revenz. Ähm. So wie es aussieht sind wir echt in so einer Zeitschleife gelandet. Ähm. Wir erinnern uns ganz am Anfang des Spiels, der ersten Episode sind wir aufgewacht, dass der Leuchtturm runtergefallen ist und wir hier aufgewacht sind an dieser Stelle gerade. In der Klasse. Und wir wollten jetzt eigentlich mit Chloe zum Lichthaus, also zum Lighthouse gehen, zum Leuchtturm, um uns in Sicherheit zu wiegen. Aber kann ja nicht sein. Haben wir uns heute eine Fritteuse gekauft? Oh. Fängt schon so an wie Consumer. Wenn es ein Albtraum ist, dann möchte sie aufwachen. Das können wir verstehen. Hallo Barracuda. Nein. Ich will aber nicht reden. Ich will raus hier. Frankie Boy, ich grüße dich. Hallo. Ich will das! Ich gehe dir das! Daher soll ich es. Ich bin so aufgewacht, das dies'RE so stolz. Und wir können so sein, dass wir zu vielfassen sind. Wer braucht es wenn ich Ihnen filmed? Ich kann Ihnen portraiture. Daher ist doch gar nicht so sein, ich sage das. Nein! Es geht darum. Es ist jetzt vor, jemanden endlich geschahst, Chloe. Das geht auch ziemlich kurz, die Frau überhaupt nicht so hat mich. Das geht mir jetzt. Es ist wie Sie beide uns prosecut fühltigend. Hallo Smirks. Willkommen zur Let's Play Live Show. Das ist... Das ist so ein bisschen, als wären wir... Keine Ahnung. So in den Gedanken unterwegs und... Ich bin gespannt. Das ist aber nicht der... Jetzt sind wir wieder hier. Ist mir ein bisschen unheimlich. Und ich würde sagen... Das ist ein guter Cliffhanger. Für morgen. Denn wir machen da an der Stelle um 20 Uhr, machen wir weiter. Und da bin ich gespannt. Ich denke mir mal, da gehen wir aufs große Finale zu. Hier bei Life is Strange. Und ihr schaltet dann morgen wieder ein. Um 20 Uhr auf YouTube. Ja, du kannst einfach die nächste Folge gucken. Na, also bis dann.